Am Anfang war das so, ne? Scheint morgens, wenn's ummacht und Puh, Babbelgarmale, ich sag das. Hund und oben in den Mund und dann versuch ich mal morgens aufzustehen. Was ich in Ruhe gehe, keiner weiß Bescheid und dann morgens krieg ich nichts los. Ich lebe so in den Tag hinein, ist wohl der Grund, warum ich so ziemlich alles, nur nicht meine Parts verpeil. Das schaffende Volk meint, dass ich ein Versager sei, weil am Ende des Monats nur ein leeres Schwarzschwein bleibt. Den Chef juckt's nicht, ob ich Arsch-Teid-Rhyme. Bis sieben im Studio ist für mich geregelte Arbeitszeit. Umbald um halb acht aufstehen, purer Wahnsinn bleibt, mach ich wieder blau, relax und schlaf bis drei. Schade, der Morgen voller öder Gesichter, nur ich grin's, weil ich pennen geh, wenn die Vögel ein zwitschern. Chill, so wie ein guten Morgen-Joint, das sich auf Arbeit setzt und ich lauf heim und der Walkman läuft. So ein Startsystem ist angenehm anzusehen und echt, ich hab Respekt für Leute, die zur Arbeit gehen. Ich find's echt extrem, aber Fakt ist, früh aufstehen kann ich wirklich nicht verstehen. Vorher umstehen ist was für Leute, die zur Arbeit gehen. Ich zu mich, denn ich kann das nicht verstehen. Oh yeah, oh yeah. Vorher umstehen ist was für Leute, die zur Arbeit gehen. Ich zu mich, denn ich kann das nicht verstehen. Oh yeah, oh yeah. Boah, ey, boah. Wie viel Uhr ist jetzt? Was? Vier oder was? Ah, verdammt, Mann. Jetzt bin ich aufgeschlafen, zwischen Rauchschwaben aufgewacht. In diesem dreckigen Saustall. Shit, das war mal ne Wohnung und ich muss mich auch fragen. In dem Loch kann man doch mit keiner Frau schlafen. Scheiß drauf, ich mach Nacht für Nacht Aufnahmen. Und wenn das Album kommt, verkauf ich ne Million im Bauchladen. Genau, pass auf, so mit Porsche vorm Haus parken. Zu wippen, aus dem roten Teppich dick auftragen. Richtig ist, ich vertrau auf Soundkarten. Und rapp so lang, bis alle meinen Namen laut sagen. Und bis ich Brillis krieg, scheiß ich auf Bausparen. Sing mit Matt, Greg, E, die Hoop und schille mich. Vorher umstehen ist was für Leute, die zur Arbeit gehen. Ich zu mich, denn ich kann das nicht verstehen. Oh yeah, oh yeah. Vorher umstehen ist was für Leute, die zur Arbeit gehen. Und ich geh nicht zu mich, denn ich kann das nicht verstehen. Oh yeah, oh yeah. Boah ey, pfff. Willst du früh aufstehen? Das ist echt, echt gay, Alter. War gay. Ich hab mit dir auch sehr sehr am Abend, und ich stehe dann schon. Okay, du weißt, man. Da kann man sich keine Frau mehr zeigen. Weißt du, du musst einfach fit ausgeschlafen den Tag gehen. Und irgendwie, naja, so. Ich glaub, so zwei, drei, vier ist dann doch schon die erste meine Zeit so. Naja, man, auf jeden Fall. Also ich mein, ey, wenn du dann halt auch einfach immer nur im Studio hängst und so, ja, dann krieg ich's allein mal nicht an, was man. Wie sollen wir irgendwie jobben, man? Wie sollen wir irgendwie gescheit arbeiten? Können, ey, wenn wir arbeiten müssen? Wir arbeiten halt nachts, verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du?